Gäste gibt's wie Sand am Meer. Mikrofon frei für Hubert Messelbrecht. Guten Morgen meine sehr verehrten D-Punkt und H-Punkt. Müsste ich Sie eigentlich heute begrüßen? Ginge es nach unserem Gast der letzten Sendung, Herrn Johannes Hühnerkocher, seines Zeichens Präsidenten des deutschen Spartanikerbundes und Erfinder, der nach ihm benannten Schlichtheitsskala Hühko. Ja, ja. Ja, ich will Sie nicht länger auf die Folter spallen, sondern Ihnen... Also jetzt will ich Ihnen wirklich verraten, was das Thema unserer heutigen Sendung sein wird. Es geht dabei um jenes Wissensgebiet, das von den anderen Wissenschaftszweigen auf Tod geschwiegen wird. Ich spreche vom Okkultismus, der geheimen Wissenschaft von den dunklen und verborgenen Mächten. Und, und um Ihnen dieses Wissensgebiet etwas näher zu bringen, habe ich Ihnen heute und nicht ohne Grund in der 13. Folge einen der berühmtesten und okkultistischsten Experimentatoren Europas hierher ins Studio eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Asgeier von der Öxenbröm aus Reykjavik, der Hauptstadt Islands, dessen Vorfahren im Jahre 1408 während der großen Rattenplage in den Niederlanden auf besagtes Eiland geflohen sind. Aber keine Angst, wir brauchen hier keinen Übersetzer, denn der Herr Professor spricht für einen nordischen Insulaner ein ausgesprochen gutes Deutsch. Herr Professor, wo haben Sie das gelernt? Zu Hause in mein abgedunkeltes Studierzimmer. Aber Herr Professor, wieso müssen Sie Ihr Studierzimmer denn abdunkeln, wenn Sie Deutsch lernen? Mit Ihrer Mordensprache ist ja nichts zu tun. Herr Nessebrech, ich muss mein Studierzimmer abdunkeln, damit mein wertvolles, hochempfindliches, teleplasmatisches Material sich nicht in das Sonnenlicht zersetzt. Ich verstehe, sonst fängt es womöglich an zu schimmeln. Richtig, denn es ist ein fluoreszierendes Material, sozusagen eine mystische Galerte. Sehen Sie, ich habe hier direkt aus Reykjavik Einmachgläser, da habe ich da welches mitgebracht. Ach, Sie meinen die Frankfurter grüne Soße da in diesem Einwegglas? Ach was, ich dachte schon, das sei Ihre Wegzehrung. Mitnichten, Herr Nessebrecht, ich habe noch mehr davon mitgebracht, hier direkt aus Reykjavik. Schauen Sie, Herr Nessebrecht. Oh, oh, in Rot, wie rote Grütze, meine lieben Zuhörer, und wie es babbelt. Aber wieso ist die eine grün und die andere rot? Naja, eigentlich ist Teleplasma farblos. Farblos? Aber es glimmt doch, grün und rot. Also, wenn Sie es genau wissen wollen, ich verwende Lebensmittelfarbstoff. Ach was, Lebensmittelfarbstoff, Lebensmittelfarbstoff, ach, und den rühren Sie einfach unter die Masse und das wird dann dick und bunt. So wie bei Marmelade eigentlich. Himmel und Äther, nein, so einfach ist es nur auch wieder nicht, Herr Nessebrecht. Mystische Galette besteht nicht einfach nur aus so irgendeiner Masse, unter die man Lebensmittel oder Farbstoff mischt und sie wird auch nicht eingekocht wie Marmelade. Schade, und ich dachte schon, aber wie kriegen Sie dann die Farbe in das farblose Zeug? Nun, ich flöße sie, flöße sie meinen Medien unbemerkt ein und dieses sondern dann auf meinem Befehl das Teleplasma, jene mystische Galette, die so geringschätzig, die Sie da immer Zeug nennen, in Trance in der gewünschten Farbe ab. Ach was, sehr interessant. Und wie, Herr Professor Fanta-Oxenbröhm, geht das vor sich? Nun, diese Frage ist in der Tat etwas indiskret. Sie haben sicherlich dafür Verständnis. Wenn ich Ihnen hier in der Öffentlichkeit diesen Vorgang nicht so plastisch schildern möchte, denn sensiblen zuhören könnte dies, wie soll ich sagen, vielleicht doch auf den Magen schlagen. Ja, 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 na gut, schön, aber trotzdem raus mit der Sprache, Herr Professor, erzählen Sie es ruhig. Also gut, auf Ihre Verantwortung, Herr Nessepray, ich kann es Ihnen ja mal demonstrieren. Schon gut, schon gut, ich kann es mir jetzt leibhaft vorstellen. Das ist ja ekelerregend. Ich habe Sie ja gewarnt. Okkultismus ist nichts für das sensible Gemüter. Das kann man wohl sagen, selbstverständlich, die können aber einem das Grausen leeren in dieser Dunkelheit. Technik, wieder mehr Licht. Nein, das Licht, das muss gedämpft bleiben, denn dann sehen Sie das rote Teleplasma. Ja, ja, auch Gott, die Grütze. Sehen Sie nur, die Konvolutionen, die werden immer stärker. Ich muss jetzt den Deckel öffnen. Aber bitte nur ganz kurz. Das wird nicht gehen, denn dieses Teleplasma kann in die Zukunft fliegen. Was es nicht alles gibt. Ja. Hören Sie, wie es wimmert. Durchaus, durchaus. Oh Gott, wimmert das. Das dringt einem ja durch Mark und Gebein. Pssst. Es, es weiße Sackt. Was sagt? Was denn? Was denn? Dass Sie auch in den nächsten fünf Jahren Oh Gott. So viel Sie auch spielen werden. Nicht und spielen? Keine sechs richtigen im Lotto haben werden. Ach was. Die habe ich in den letzten 20 Jahren auch nicht gehabt. Ja, Kunststück. Außerdem warnt es Sie, hüten Sie sich in den nächsten Tagen vor frisch gebundene Treppen. Ist doch albern. Ich habe mir in meinem ganzen langen Leben noch nie etwas gebrochen und werde mir auch nichts brechen. Die Galette sagt nur Ihr rechtes Bein. Jetzt hören Sie aber auf mit dem Schnickschlag, Herr Professor van der Echsenbrölen. Fehlt nur noch, dass mir Jakobischer Pudding jetzt voraussagt, wer mein nächster Gast sein wird. Ja, es ist, es ist ein gewisser Herr Wabenecht aus dem niederrheinischen Haminkeln. Haminkeln. Vom Beruf? Still, 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 still. Sagen Sie Ihrem überschlauen Pudding, dass er den Mund halten soll. Ja, ja, und damit verabschiede ich mich auch heute von Ihnen am nächsten Sonntag würden wir uns freuen, wenn Sie bei uns hereinhören, wenn unser nächster Gast kommt und ich kann Ihnen versichern, es ist ganz bestimmt kein Herr Wabenecht aus Haminkeln. Wie hat er gesagt? Haminkeln? Na, ist ja ganz egal. Aber mehr möchte ich jetzt natürlich nicht verraten. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.